Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei IMPTV. Ich bin die Jenny und heute reden wir mal darüber, warum Metalheads Weihnachten so richtig scheiße finden. Ich würde sagen, wir legen direkt los und ab dafür. Ich sag nur, last Christmas, all I want for Christmas. Das ist doch schon alles Grund genug, oder? Und am Ende läuft alles rauf und runter, sogar auf dem Klo. Ich geh kotzen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Alles leuchtet und es ist kunterbunt. Schwarz ist die Farbe, denn je dunkler, desto besser. Aber immerhin wird es früher dunkel draußen. Punkt Nummer 3. Weihnachtsmützen sind rot und Sweater viel zu farbenfroh. Die Farben passen einfach überhaupt nicht zum komplett schwarzen Outfit, weil es dann nicht mehr komplett schwarz ist. Deshalb ist es scheiße. Punkt Nummer 4. Zu Weihnachten ist es einfach viel zu kalt für Bandshirts. Und kommen wir zum fünften Punkt. Die Kutte riecht auf einmal nach Zimt und Bratäpfeln und nicht mehr nach Festival und Rock'n'Roll. Was soll das denn? Ach, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich lieben wir doch Weihnachten. Und wir haben tatsächlich auch ziemlich coole Weihnachtsartikel bei uns im Shop für euch parat. Zum Beispiel haben wir eine schwarze Heavy X-Mas-Mütze für alle, die es klassisch haben wollen. Meine Lieblingssachen habe ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Und ich würde sagen, wir können jetzt alle schöne Weihnachten feiern. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, damit ihr für jedes neue Video benachrichtigt werdet. Ich bin die Jedi und ich bin raus. Ciao! Naja, wenigstens wird es früher hell draußen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.